Hi Leute! Heute geht es darum, wie du trotz Arbeit, sei es jetzt als Selbstständiger, als Angestellter in sozialen Berufen, wo du wirklich viel mit Menschen zu tun hast oder auch einfach in Jobs, wo du den ganzen Tag am Schreibtisch hockst, wie du dich dabei trotzdem um deine Gesundheit kümmerst und mit jedem Tag, mit jeder Woche stetig, über die Zeit hinweg immer mehr Energie, Ausgeglichenheit entwickelst. Darum geht es heute. Und dabei gibt es vor allem drei Punkte, die es zu beachten gibt und ich möchte dir meine Erfahrungen teilen, wie es mir in den letzten Jahren ging, vor allem in den letzten zwei Jahren. Also bis gleich! Also heute soll es darum gehen, gerade, also du kennst es bestimmt selber, sei es jetzt, ja jetzt auch in der Zusammenarbeit, sind zum Beispiel viele, zum einen auch, ja, in sozialen Beruf, das kommt häufig vor, so hat man viel Kontakt mit Menschen, es zieht auch viel Energie, teilweise, je nachdem, was man da macht, oder auch Selbstständige eben, ja, vielen Selbstständige, die ich kennengelernt habe, wo wirklich auch ganz andere Herausforderungen sind, oder halt auch als Angestellter, wo du, ja, teilweise auch, je nach Job, sei es jetzt als Informatiker, oder ich war im Ingenieurbüro den ganzen Tag gehockt und dann hockt man halt den ganzen Tag vor einem Bildschirm. So, man hat wenig frische Luft, man hat wenig Sonne und man ist an diese Zeiten gebunden. Und das kann sehr herausfordernd sein, wenn man sich ausreichend um seine Gesundheit kümmern möchte, kennst du bestimmt, also auch nur mal kurz, vielleicht zum Hintergrund, wie es mir dabei ging. Aber du kennst es sicherlich, irgendwann stößt man auf diese ganzen Geschichten, beschäftigt sich vielleicht mal, ja, mit gesunderer Ernährung, sei es jetzt schleimfreie Heilkost, oder mit Fasten, mit diesem ganzen natürlichen Gesundheitslernen und merkt plötzlich, hey, was ist da eigentlich möglich? In welchem Gesundheitszustand bin ich da eigentlich? Wo kann ich eigentlich hinkommen? Wie energetisch, wie glücklich, wie fröhlich kann ich eigentlich sein? Ist das, was ich mache, gerade überhaupt das Richtige, was ich mache? Ist es sinnvoll, das zu machen? Und all diese Fragen, die dann auftauchen, wenn man das erste Mal mal auf diesen Schluss kommt, ey, okay, irgendwie laufen die Dinge hier oft vielleicht gar nicht so gut, wie sie sein könnten. Unsere Gesellschaft, Krankheitszahlen steigen immens. Fruchtbarkeit wird immer schlechter, so in unserer Gesellschaft. Ered hat da auch mal geschrieben, aber ich weiß nicht, ob es Ered war. Quelle muss ich nachschauen. Auf jeden Fall, dass jede vierte Stadtgeneration, also die vierte Stadtgeneration, die dort lebt, im Grunde ausstirbt, wenn man halt über die Generation komplett sein Leben lang immer in der Stadt lebt, dass die Degeneration da einfach so immens ist und dementsprechend merkt man auch das nach einer Zeit, in was für eine Situation man da reingeschlittert ist. So, ich habe das damals, wo ich meine Ernährung auf vegan umgestellt habe, also das war mit 19 Jahren, mit 15 sowas, auf vegetarisch. Und damals waren es einfach nur ethische, also auch sehr gut, aus ethischen Gründen das Ganze zu machen, dass man einfach keine Tiere essen möchte, war bei mir eben so. Aber noch nicht gesundheitlich begründet. Aber da, wo ich dann auf vegan umgestellt habe, ich wollte mich eben am ganzen Tag bewegen, habe viel Sport gemacht immer, am ganzen Tag Inliner gefahren, Fußball gespielt, so viel Fußball gespielt und habe einfach gemerkt, hey, Regenerationszeit wurde immer weniger. Ich habe mich immer fitter gefühlt. Muskelkater war praktisch keiner mehr vorhanden. Und das war super genial, das festzustellen und dabei dachte ich halt, ich wäre gesund. So, und wenn man jetzt auf diesen Trichter gekommen ist, dahingehend hatte ich mir mein Leben auch so ein bisschen anders vorgestellt, geht oft ja auch ein Bewusstseinswandel einher. Man fängt an, Dinge zu hinterfragen, die man so angenommen hatte. Bei mir war das allein schon, wenn man in Bayern kein Fleisch mehr isst, allein vegetarisch. Und das heutzutage ja schon in der Gesellschaft, auch im Mainstream angekommen ist. Dann ist es ja häufig so, dass das schon belächelt wird und sagt, oh, das kannst du gar nicht machen. Du brauchst Eisen, du brauchst Eiweiß, du brauchst XY. Und dann, ganz naiv als Kind, man dachte sich einfach nur, so als Junge, man dachte sich eigentlich nur, man möchte keine Tiere mehr essen. Man möchte weniger Leid verursachen, gerade in der Massentierhaltung. Was da abläuft, hat nichts mit einem natürlichen, gesunden Lebensmittel zu tun. Selbst angenommen, es wäre artgerecht Fleisch und gut verdaubar für unser System. Ja, hat das nichts mehr mit Fleisch zu tun. Und dementsprechend fängt man an und informiert sich mal. Und dann habe ich gemerkt, hey, Millionen von Indern ernähren sich seit Generationen, vegetarisch, wenn nicht sogar vegan viele. Und dann denkst du dir, okay. Und jetzt erzählt man, dass man das nicht mal irgendwie ein paar Jahre kann oder sonst was. und die Lebenszeitgenerationen so. Und das ohne Probleme. Und dann fängt man halt Dinge an zu hinterfragen. Und für mich war es dann eben so, vorher habe ich Bauingenieurwesen studiert, habe dann so nebenbei noch im Ingenieurbüro gearbeitet, hatte erst noch einen Master angefangen in Stuttgart. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, hey, das hat für mich komplett alles auf den Kopf gestellt. Dieser ganze Lebenswandel, sei es Ernährungsumstellung. Und dann später, wo ich einfach gemerkt habe, wie dieser ganze Reinigungsprozess körperlich mit der Bewegung, Sport, frischer Luft und diesem ganzheitlichen Drumherum abläuft, hat es mir für mich einfach Welten eröffnet. Und dementsprechend habe ich auch angefangen, das natürlich hier zu teilen. Sonst ständig jetzt nicht hier. Und in den letzten zwei Jahren, so, die ersten paar Jahre habe ich so Nebenjobs gemacht und hatte noch ein bisschen Geld angespart. Deswegen war da noch nicht so diese ganzen Verpflichtungen mit dabei. In den letzten zwei Jahren war es jetzt so, den Winter auch nicht mehr weg gewesen. Sonst war ich immer, schau dir die Videos mal an, vier Jahre lang eigentlich. Wenn nicht sogar fünf Jahre, jeden Winter praktisch zwei, drei Monate im Warmen. Sei es Sri Lanka, Thailand oder Costa Rica, Nicaragua. War super schöne Zeit, super geniale Erfahrungen. Und jetzt aber in dem ganzen Prozess, wo ich dann immer mehr angefangen habe, euch auch zu begleiten dabei, entstehen natürlich Verpflichtungen. Und dementsprechend ist die Selbstständigkeit da einfach auf eine andere Stufe geraten. Man hat da, ja, das ist ja das, wenn man jemandem hilft. Man stellt ja auch irgendwo, auch wenn man zum Beispiel Kinder in die Welt setzt, man stellt ja irgendwo die Gesundheit von anderen dann über die eigene. So, wenn der gerade Probleme hat, dann braucht man auch diese Stabilität, was man eben auch, um jetzt auf den Beruf zurückzukommen, was man natürlich auch während der Arbeit braucht. Und in den letzten zwei Jahren war ich im Winter nicht mehr weg. Ich war teilweise, um das Ganze, ja, erst mal zu systematisieren, um euch da wirklich zu helfen, sei es E-Mail, Support, Events zu organisieren und so weiter, Videos zu schneiden, zu drehen. Hier anfangs extrem viel Zeit und Aufwand notwendig. Die letzten zwei Jahre teilweise, weiß nicht, acht, zehn Stunden am Tag vorm PC. Auch wenn man in Videos häufig hier schön die Natur sitzt, sieht. Das genieße ich natürlich, wenn man hier so ein Video draußen machen kann. So, das war der Prozess, wo bei mir die letzten zwei Jahre ablief. So, und nonstop, ich habe die letzten fünf Jahre nicht wirklich in den Urlaub genommen. So, das heißt, ich weiß da definitiv, wovon ich rede und kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du irgendwo auf die Arbeit musst praktisch. Auch wenn es eine Arbeit ist, die man eigentlich eben gerne macht. Aber wenn man eben diese körperliche Reinigung startet, gehen ja oft auch emotionale Phasen damit einher. Mit der Reinigung, es kommen psychische Themen, tauchen eventuell auf, eventuell Erinnerungen, alte, dass man sich wieder weiter zurückerinnert. Alte Sachen, die man verdrängt hatte, die auch oft im Körper abgespeichert sind, tauchen wieder auf. Und wenn man in diesem ganzen Prozess nicht die Stabilität aufbaut, trotz dieses Zeitmangels, dann wird es eben extrem schwierig. Und in den letzten zwei Jahren habe ich bei mir selber eigentlich erst diese Stabilität aufgebaut. Vor fünf Jahren, wo ich auch mit Rohkost gestartet habe zum Beispiel, was die Ernährung anbelangt, habe ich einfach noch nicht diese Stabilität gehabt. Mich hat es völlig überwältigt so. Die erste Zeit fühlt man sich vielleicht top, auch wenn es ein paar Wochen, ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr gehen mag. Aber dann über die Dauer, ein Jahr später, zwei Jahre später, kommen oft diese tieferen Prozesse. Wenn man es denn auch zulässt und sich zwischendrin auch die Zeit dazu nimmt, dann passiert da einiges vom Bewusstsein her, von der Gesundheit, von der Energie, von der Regeneration. Du brauchst weniger Schlaf, all diese Sachen. Aber das passiert eben nur so angenehm, wenn man vorher wirklich diese Stabilität aufbaut. Und am Anfang war mir das gar nicht, überhaupt noch nicht so bewusst. Ich dachte, okay, schauen wir mal. Ganz einfach. Ich war total begeistert davon, zum Beispiel mal zu fasten, weil ich es das erste Mal gehört hatte. Und völlig unterschätzt, was das auf lange Sicht für Auswirkungen hat. So, über kurzen Zeitraum, wenn man irgendwie, ich sage mal, in diesen äußeren Schichten pendelt. Das heißt, du fastest mal einmal, hast dich vorher ganz normal ernährt. Und dann, vielleicht hast du auch ein bisschen zu viel drauf, dann geht einfach ein paar Kilo runter. Ist natürlich gut, du fühlst dich in der Zeit viel besser. Aber es geht noch nicht an die Organe, ans innere Gewebe, an diese alten Sachen. So, und dann, wenn man danach wieder normal ist und nicht diese Kontinuität, diese Dauerhaftigkeit, ist der allerwichtigste Punkt in diesem ganzen Reinigungsprozess, der dann einfach wieder all das, was wir eben über die Jahre gemacht haben, seien es jetzt über, ja, über Generationen. Mittlerweile nach dem Krieg hat es ja eigentlich erst angefangen mit den ganzen Spritzmitteln so richtig. Und dementsprechend all diese Sachen, all diese Vorbelastungen, diese Degenerationen, auch schon von den Eltern ja teilweise weitergegeben, die geht es halt wieder aufzuarbeiten. Und allein das Leben, was man selbst, diese 20, 30 Jahre, Lebensjahre, was man da angesammelt hat, das scheidet man halt nicht wieder innerhalb von, ja, von ein paar Tagen aus. Das wäre natürlich schön, hält es aber dem leider nicht so. Ganz sensibles Gleichgewicht, das über Jahre, Generationen missachtet wurde. Und man sieht es ja heutzutage, wir geben mehr Geld denn je, wenn man mal in die USA schaut, mehr Geld denn je fürs Gesundheitssystem aus und sind trotzdem mehr krank denn je. Und da stimmen dann die Relationen irgendwo nicht. Und dann beginnt man eben zu hinterfragen. Und jetzt aber wirklich zu dem Punkt Zeit. Das war nur ein wichtiger Einleitungspunkt, um die ganzen Aspekte zu verstehen. Die Zeit, die man dabei braucht, bei diesem Reinigungsprozess, geht eh über einen längeren Zeitraum. Und zunächst mal ist es das Allerwichtigste in diesem ganzen Prozess, der erste Punkt, wenn du während der Arbeit, ja, trotz Job, trotz Selbstständigkeit oder auch als Unternehmer oder sonst was, wenn du trotz dessen deinen Körper reinigen, entgiften möchtest, deine Gesundheit auf ein anderes Level heben möchtest, dann ist Stabilität, so, das ist das Allerwichtigste, die Stabilität aufzubauen. So, und was heißt das, die Stabilität aufzubauen? Das heißt, du gehst praktisch wie in diese Vogelperspektive, du siehst das Ganze von oben und gewinnst ein bisschen Abstand und kannst so auch durch die Tiefs viel besser durchgehen, weil du weißt, okay, hey, es geht wieder nach oben, es ist ein ständiges Auf und Ab. Du weißt genau, wie der Prozess abläuft und du bleibst dann nicht in diesem Loch kleben, weil du denkst, hey, jetzt geht einfach nichts mehr voran und du nicht diesen Überblick hast, diese Übersicht, was da überhaupt nicht richtig läuft. Das ist wie wenn du, stell dir vor, du stehst vor einer Ampel, es geht nichts voran, kompletter Stau, du siehst auch auf der Erkreuzung ist alles gesperrt, du denkst dir, was ist denn jetzt los, hey, da vorne stehen die Autos noch ewig weiter, komme ich überhaupt noch voran, wie lange muss ich hier stehen, muss ich hier jetzt Stunden stehen in diesen Abgasen und du bist einfach nur genervt, die Ampel schaltet eh schon wieder auf rot und jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Flughafen abends, steigst in deinen Flieger und dann gehst du nach oben und dann siehst du diese Stadt und siehst du von oben diese kleinen bunten Lichter und schaut eigentlich ganz nett aus, schaut ganz interessant aus, du beobachtest das Ganze mit viel mehr Abstand und genauso ist es auch mit den körperlichen Reinigungsprozessen einmal und auch das Emotionale, alles, was da hochkommt. Sobald diese Anhaftung nicht mehr so da ist und du mehr in dieser Vogelperspektive bist, hast du automatisch viel mehr Stabilität und erst wenn du diese Stabilität hast für dich, diese Balance, das ist wirklich das Fundament, so wenn du das hast, dann kannst du auch stetig voranschreiten, trotz Arbeit nebenbei. Die Entgiftung läuft sowieso immer. Das ist nämlich auch ein Punkt, viele denken dann, oh ja, jetzt muss ich den Körper entgiften. Der Körper entgiftet immer. Die Frage ist halt, wie tief gehst du in dem ganzen Prozess? Kommt dein Körper nicht mal mit dem hinterher, was jetzt neu dazukommt? Oder arbeitet er auch wirklich alte Sachen mit auf? Also geht er da wirklich auch in die tiefere Reinigung bei alten Sachen und ist nicht eh schon eben überfordert von dem Neuen, was einfach dazukommt, weil man sich den ganzen Tag mit irgendeinem Mist vollstopft. Das ist der Punkt bei der Entgiftung. Und die Entgiftung gezielt zu steuern, diese Reinigung vom Körper, gezielt zu drosseln, gezielt anzukurbeln, sodass du das auch wirklich handeln kannst. Das ist wirklich eine Kunst für sich und gebührt halt viel Erfahrung. Und das Ganze kannst du wirklich, es ist unglaublich schwer, diese Erfahrungen selber erst zu lernen, wenn man nicht weiß, wie. besonders nicht, wenn man eben diese Stabilität nicht hat. Darum das Erste, was ich in der Zusammenarbeit zum Beispiel auch mache, ist immer diese Stabilität zu entwickeln, diese Vogelperspektive erst mal zu stabilisieren, bevor man da ganz krass in eine Ernährungsumstellung reingeht. Weil viele wollen eben, ich habe es am Anfang auch sehr extrem gemacht, aber ich hatte halt auch die Zeit dazu. Ich hatte komplett am Anfang die Zeit dazu, hatte da den Puffer, konnte mir dann nebenbei mal ein bisschen was gearbeitet, aber ich konnte mir die Zeit einteilen, wie ich wollte. Konnte auch mal ein, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen nichts machen. Konnte da ganz flexibel arbeiten. Und das ist der Punkt. Deswegen konnte ich am Anfang, und trotzdem habe ich zwei, drei Jahre rumgemacht, und bin dann trotzdem, ja, habe gerade noch mal die Kurve bekommen, und bin dann in die richtige Richtung, dank Umfeld und Frau, Freunde, Familie und so weiter, bekommen, dass ich wusste, okay, ey, in die Richtung, da muss man sich noch ein bisschen stabilisieren. So. Und es ist unglaublich schwierig, das Ganze zu machen, wenn du, ja, das nebenbei auf der Arbeit machen möchtest. Du hast gar nicht die Zeit, dich darum zu kümmern im Internet, so viel Falschinformationen. Falschinformationen, alles nicht aus der Erfahrung heraus, und was bringt es am Ende, wenn dir jemand was über das Autofahren erzählt? Ich finde den Vergleich immer ganz schön, du steigst ins Auto, erste Fahrstunde, und dann sitzt dein Fahrlehrer neben dir und sagt, ey, ich habe die theoretische Prüfung perfekt bestanden, aber leider war ich noch nie, ja, am Steuer gehockt, und bin noch nie gefahren, und kann eigentlich gar nicht fahren. So, wie sicher würdest du dich bei deiner ersten Fahrstunde fühlen? So, und genauso ist es mit diesem ganzen Reinigungsprozess. Diese Praxiserfahrung ist unglaublich wichtig, die zu machen. So, es ist nicht ersetzbar. Und der Punkt, dass du das in deinem Alltag machen kannst, da ist wirklich die Basis, dass du Stabilität, die Balance hast, dass du dann auch zwischendrin mal aufs Gas drücken kannst. Deswegen mache ich am Anfang, wie gesagt, immer so ganz langsam mit der Ernährung, spring da nicht irgendwie ins Fasten rein mit der Ernährung. Da geht es in den ersten ein paar Wochen bis Monaten während der Zusammenarbeit zum Beispiel noch gar nicht wirklich drüber, nur am Rande, wenn mal irgendwo eine Frage auftaucht. Aber nicht wirklich da extrem reinzuspringen, sondern erst die Stabilität zu bekommen, dann erst das wirkliche Verständnis für die Entgiftung, da ein paar Erfahrungen in der Praxis zu machen und dann ja wirklich die Ernährung gezielt und Schritt für Schritt umzustellen und dann auch zu lernen, okay, wie kann ich es regulieren, wie kann ich das machen so im Arbeitsalltag? Zum Beispiel, wie kann ich Reinigungsphasen gezielt aufs Wochenende legen? Wie kann ich zum Beispiel am Wochenende Fasten? Wie mache ich das am besten? Wie mache ich es auf der Arbeit zeitlich? So, mit den Infos, diese Fehlinfos eben, die sind da halt auch das große Problem. Deshalb halt, zum Beispiel in der Zusammenarbeit im Programm, ich mache es genauso, es geht nicht darum, dass du mehr Infos hast. Anfangs dachte ich immer, umso mehr, umso besser. Nee, umso weniger, umso besser. Das ist ja gerade der Punkt, gerade um das überhaupt. im Internet findest du alles, jegmöglichen Schmarrn, um es mal so auszudrücken. Und diese ganze Flut, wer kann sich das durchlesen? Hast du Lust, dir das abends noch durchzulesen und dann bist du nur noch mehr verwirrt, weil es einfach nichts bringt, weil das Ganze nicht aus der Erfahrung kommt von den Leuten. Viel Theorie, wenig Praxis. Und das ist der ganze Punkt. Und so aufs Wesentliche reduziert, hast du wirklich mit nicht mal eine halbe Stunde Aufwand am Anfang in der Woche, kriegst du da alle Infos an die Hand und weißt auch, wie du das schrittweise umstellen kannst. Oder du suchst dir am besten auf dem Kanal hier zusammen. Ja, da findest du ja auch das meiste, wenn nicht sogar alles grob zusammengefasst. Aber es sind halt über 500 Videos. bei 600 Videos. Hast du natürlich einiges durchzuschauen. Wird auch ein bisschen anstrengend, aber du hast es wesentlich komprimierter als im ganzen Internet. So. Und genau das ist der Punkt. Du hast keine Zeit dazu mit Essen, mit den ganzen Infos. Was ist am Ende richtig und möchtest da halt auch dann natürlich schnell eine Antwort, no, hallerweise. Sonst fällt man halt in dieses Loch wieder rein. Und das ist der Punkt. So. Also, was kannst du am besten machen? Einmal, um Zeit zu sparen, dass du es trotzdem neben deinem Alltag in der Arbeit als Selbstständiger hinbekommst, zunächst mal, dass du Arbeitswege, Arbeitszeit erst mal nicht als verlorene Zeit ziehst. Natürlich ist man da an gewisse Sachen gebunden, aber du kannst oft auch deine Arbeit viel anders, viel entspannter gestalten. So. Weil der erste Punkt ist nämlich auch das Wichtigste, dass du entspannt bist während der Arbeit, dass du nicht in diesen Stress verfällst, dass du eben diese Stabilität aufbaust erst durch Körperübungen, durch Atemübungen. Das ist der erste wichtigste Schritt, wie gesagt. Gut. So. Das ist das erste, was diesen Aspekt der Infos und der Fragen erst mal anbelangt, aber dann auch von der Umsetzung eben. Von der Ernährung her kannst du zum Beispiel immer was dabei haben, was richtig gut ist, einfache Rezepte. Du kannst mal auf meine Webseite schauen, da habe ich E-Books zugemacht. Oder du findest auch zahlreiche Rezeptvideos im Netz, mittlerweile auch super gute, gesunde, rohe oder vegane pflanzliche Rezepte, vollwertige Rezepte. Ja, das ist super gut. Da kannst du einfach schauen. Und wie gesagt, deine Arbeitszeit nicht als verlorene Zeit zu sehen. Wenn du den ganzen Tag im Büro hockst, dann ist es halt sinnvoll. Mach zum Beispiel Fenster auf. Kipp das Fenster. Setz dich ans Fenster, wo du ein bisschen Sonne, Tageslicht abbekommst. Geh in den Pausen raus. Schnapp frische Luft. Raucher machen das auch immer. Und dann rauchen sie aber noch eine. Nimm dir die Pause, ohne eine zu rauchen. Ja, also frische Luft, zwischendrin die Pausen, Fenster auflassen. Und dann auch, wenn du den ganzen Tag vor dem PC hockst, ist auch immer ein großes Thema. Ich habe eine Playlist mit Besser sehen zum Beispiel hier auf dem Kanal gemacht. Schau dir die unbedingt mal an. Wenn du den ganzen Tag vor dem PC hockst, so als Videoschneiden am PC arbeitest. Ich habe im Ingenieurbüro CAD-Zeichnungen gemacht. So. Wenn du das machst, dann acht darauf, dass deine Augen entspannt sind. Schau zwischendrin mal zum Fenster raus. Das sind alles Möglichkeiten, die du machen kannst. Entspann die Augen zwischendrin. Du kannst sie massieren. Es gibt unterschiedliche Üben, palmieren. Wie gesagt, schau dir dazu einfach die Playlist an. So. Also das ist mal der erste Punkt. Und dann der Arbeitsweg auch. Du kannst den nutzen. Ich bin zum Beispiel damals mit dem Fahrrad zum Ingenieurbüro gefahren. Schau, wenn möglich, so, das ist jetzt über einen längeren Zeitraum natürlich, schau, wenn möglich, dass du vielleicht näher zu deinem Arbeitsort hinziehst. Dass du zum Beispiel da mit dem Fahrrad hinfahren kannst, dass du mit Fuß hinfahren kannst, hinlaufen kannst. Oder dass du einfach ein bisschen weiter weg parkst, wenn deine Arbeitsstelle in der Stadt ist. Parkst ein bisschen außerhalb, spazierst noch durch den Stadtpark hin. Ich bin immer am Main, schön gemütlich, morgens mit dem Fahrrad eine Viertelstunde entlang gefahren. Früh nichts los, ganz entspannt, frische Luft. Ich war so entspannt und erholt. Und das gilt es eben dazu machen, und dann trotz, trotz, dass es vielleicht eine frühere Aufstehzeit ist, auch wenn es, ich bin damals um 6 Uhr aufgestanden, habe eine Stunde Körperübungen gemacht, gelesen, Atemübungen, Yoga oder sonst was, morgens, und dann bin ich eben gemütlich mit dem Fahrrad zum Ingenieurbüro gefahren und bin um 8 Uhr auf die Arbeit und war da super entspannt. Und dementsprechend kann man so den Arbeitsalltag da einfach mit den ganzen nützlichen Sachen verbinden. Und das ist sowieso, du solltest deine Zeit nie als verlorene Zeit ansehen. Jede Zeit, die du hast, ist kostbar. Du bist immer nur in diesem Moment da. Und wenn du auf irgendwas wartest während der Arbeit, ist das nicht die Erfüllung. Wenn du da bist, dann mach das voll. Dann mach es voll. Egal, was es ist. Und dann so neben diesen zeitlichen Aspekten. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber das ist halt so das meiste. Wie bereitet man zu? Was bereitet man zu? Wo kriegt man die Infos in der Zeit her? Und wie macht man das? Weil man den ganzen Tag dann nicht in der Sonne ist, an der frischen Luft und so weiter. Da würde ich halt schauen, das gezielt zu integrieren. Und dann die Entgiftung eben zu steuern, den Reinigungsprozess vom Körper. Dazu schaue ich halt wirklich nochmal zum Beispiel auch die zwölf Reinigungsstufen, habe ich ein Video dazu aufgenommen, wo ich wirklich erkläre, wie dieser Prozess einfach länger dauert. Über die Monate, über die Jahre, wo man immer mehr Energie, immer mehr Ausgeglichenheit, Stabilität aufbaut. Aber es ist eben ein längerer Prozess. Und wenn man da gezielt lernt, auch mit Rumexperimentieren, mit Monomahlzeiten zum Beispiel, dann weiß man auch gezielt, wie man diesen Prozess immer besser steuern kann. Und du kannst auch gezielt auf der Arbeit da einfach dich anders ernähren, wenn du weißt, okay, montags musst du wieder arbeiten, dass du da nicht sonntags noch fastest, sondern zum Beispiel da einfach ein bisschen anders isst, ein bisschen dichtere Sachen, getrenftes Gemüse und diese Geschichten, da einfach ein bisschen kräftigere Sachen, mehr Grün und so weiter isst, damit du auch das ganze Puffern und Händeln kannst, wenn du dann wieder in den Arbeitsalltag reingehst und da stabiler bist. Und eben auch durch Körperübungen, durch Atemübungen, die du vorher täglich etablieren solltest, als Routine morgens, diese Stabilität aufbaust, dass du auch im Alltag da keine Probleme hast. Ja, also so viel mal dazu, vor allem diese drei Punkte, wie gesagt, Zeit, Stabilität, ja, diese Steuerung vom Entgiftungsprozess, das sind halt diese wichtigen Punkte. Und wie gesagt, wenn du da noch Probleme hast, wenn du nicht weißt, explizit zum Beispiel in deinem Fall, gerade je nach Krankheitsgeschichte, was für gesundheitliche Baustellen man da hat, was für Probleme da auftauchen, seien es verdauungstechnisch, seien es Asthma, Neurodermitis, Hautprobleme, diese ganzen Geschichten, wie man damit umgehen kann, gerade wenn da halt Schübe nach außen hin, wenn die nach außen hin halt sichtbar sind, wie bei Hautproblemen oder wo man halt dann schlecht in solchen Phasen, auch wenn emotional ist, wenn viel Psychisches damit verknüpft ist, wenn sowas hochkommt, wie du das am besten handeln kannst, dann klick gerne unten drunter mal auf den Link zum kostenlosen Erstgespräch und dann können wir schauen, ob ich dir da helfen kann oder jemand aus dem Team und ja, ob wir da wirklich den Weg dann gemeinsam gehen, genau, in der Zusammenarbeit, bin ich auf jeden Fall immer für dich da und du weißt ja wirklich immer so, wie kannst du weitermachen, woran liegt's, was kannst du testen und hast deine Klarheit, deine Sicherheit und die Infos, die du brauchst, wirklich immer direkt an der Hand. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch einen super entspannten Tag. So, ich genieße jetzt auch wieder mehr die Natur, weil wie gesagt, die letzten zwei Jahre bei diesem Prozess das Ganze aufzubauen, natürlich sehr, ja, sehr zeitzehrend beziehungsweise sehr viel, ja, PC-Arbeit natürlich auch notwendig. Jetzt geht das Ganze langsam ein bisschen weniger. Dadurch, durch Teamaufbau, dadurch, dass man sich die Aufgaben jetzt langsam verteilen kann, dass der eine das macht, der andere das und ich dadurch nicht immer ewig zum Beispiel Videos schneiden muss, zusätzlich noch E-Mails beantworten und so weiter, sondern dass man das Ganze dann, ja, dass das Ganze noch viel entspannter ist und ich mich noch viel mehr um euch kümmern kann direkt. Genau. Und ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, genieße die Natur und das Wetter und mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.